Eine weltweite Hungersnot droht. Millionen Menschen werden daran sterben, das ist sicher. Denn wenn Getreide fehlt, kann man auch kein Brot mehr backen, kann man tiefer Hungerschreien nicht ernähren. All das nimmt die Weltgemeinschaft locker in Kauf. Die Empörung, ob dieser Tatsache fehlt, noch gesprochen wird derzeit kaum darüber. Denn das Leben von Menschen, die tausende Kilometer weit entfernt auf einem anderen Kontinent für unsere TV-Geräte unsichtbar von bitterster Armut betroffen sind, ist natürlich noch weniger wert als das sicherheitspolitische Interesse der EU. Also die fetten Gewinne für Waffenlobbyisten, die wirtschaftliche Kraft der USA, die Stärke der NATO. Und es ist ja auch nicht von Interesse der Regierungen, dass die Bürger die Zusammenhänge von Aktion und Reaktion von Ursache und Wirkung tatsächlich erkennen. Und der Schuldige wird ohne dies benannt. Putin, nur Putin. Putin lässt nun die Welt verhungern, verkünden die europäischen Eliten und negieren die Tatsache, dass in Wahrheit die Sanktionen der EU selbst die Ausfuhr von Getreide aus Russland unterbinden. Weil ja auch das Getreide der Russen blutig, wie deren Öl oder Gas ist. So weit, so stimmig. Das Gas und das Öl nehmen wir daher künftig aus Saudi-Arabien oder Katar. Denn diese Vorzeigedemokratien sind ja ein Hort der Menschenrechte. Nur mit dem Weizen ist in der Wüste schlecht Kirschen essen. Also lassen wir halt Teile Afrikas an der ausgestreckten Hand dumm sterben, weil wir die Russen bezwingen wollen. Wahrscheinlicher ist aber, dass wir in höchster Not die von hunderter Sanktionen Betroffenen erst wieder in Europa aufnehmen dürfen. Das ist eben der europäische Geist. Wir sanktionieren Russland. Getreide kann folglich nicht ausgeliefert werden. Afrika leidert. Unsere Wirtschaft leidert ebenso. Und andernorts drohen Menschen zu verhungern. Diese nehmen wir dann großzügig und millionenfach wieder auf und sorgen damit für eine weltweite Wanderungsbewegung analog zu 2015. Der Destabilisierung von Gesellschaft, sozialer Gemeinschaft und rechtsstaatlicher Sicherheit. Damit sind wir wenigstens wieder die Guten. Und die Dummen logischerweise. Tönen angesichts der von uns selbst verschuldeten Tragödie wiederum, wir schaffen das. Aber haben Russland wenigstens gezeigt, wo der moralische Hammer hängt. Auf unseren Grabsteinen steht, sie hießen Specht. Hatten aber immer recht.